Schönen guten Tag! In diesem Video geht es um die Blöcke in Entschrouded, und zwar die Baublöcke. Es gibt ja diverse, von Bronzoblock, Knochenblock und so weiter. Insgesamt haben wir schon über 30 gefunden. Einige bekommt man einfach dadurch, dass wenn man Material in die Hand nimmt, hier zum Beispiel dieser Bronzebarren, kriegt man den Bronzoblock. Andere hingegen, zum Beispiel der Knochenblock, den bekommt man nur, wenn man diesen findet. Da reicht es nicht, den Knochen in die Hand zu nehmen, da muss man den Block an sich finden. Die sind in der Welt versteckt, und um diese Blöcke, die, die man finden muss, um die dreht es sich in diesem Video. Ja, da werde ich euch jetzt mal einige zeigen. Los geht's! Und wir beginnen mit meinem absoluten Lieblingsblock, und zwar dem Fachwerkhausblock. Den finden wir, wenn ihr im Düstertickicht, auf der Düstertickichtwarte seid, und dann Richtung Westen nach Diadwin, dieser Ort hier. Da müssen wir hin. So, da düsen wir mal eben schnell rein. Und in Diadwin selber, seht ihr offenstehend, relativ zentral hier, so, hier ist eine Kiste. Wenn ihr die aufmacht, da drin findet ihr den Fachwerkblock. So, wenn ihr den in der Hand habt, ab dann habt ihr das Rezept freigeschaltet. Da braucht ihr Lehm für nachher, um das zu produzieren. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Unser nächster Block auf der Liste ist der normale Steinblock. So, und den normalen Steinblock, den finden wir hier unten an der zerstörten Brücke. Unser Startpunkt ist die Nomadenanhöhenwarte. So, wir machen natürlich einen kleinen Sprung da unten hin, weil ich möchte natürlich nicht euch unnötig hier in die Länge ziehen. Auf jeden Fall lässt sich dieser Steinblock wunderbar nutzen, um auch so Stadtmauern oder ähnliches zu bauen. Finde ich sehr attraktiv. So, angekommen an der zerstörten Brücke, ich zeige euch das nochmal auf der Karte, befinden wir uns jetzt hier und dort können wir uns einmal auf die Brücke begeben. Ja, sie heißt zerstörte Brücke, weil sie ist zerstört und das ist auch der Vorteil für uns, denn, ich zeige euch das einmal, wir können hier zu diesem Loch laufen. Und da unten ist ein Grapplinghook, könnt ihr runter euch ziehen und hier habt ihr eine Kiste. Und in dieser Kiste, zack, findet ihr den normalen Steinblock. Sehr schönes Ding, um zu bauen, finde ich klasse. Ab zum nächsten Block. Jetzt geht es um den Knochenblock. So, der Knochenblock befindet sich hier im versteckten Grabeingang. Wir sind auf der Hochweidenwarte und dort nördlich. Könnt ihr runterspringen, einfach hier unten rein. Zum Knochenblock selber kann man so ein bisschen sagen, ja, wenn man so düstere Katakomben sich baut oder ähnliches, dann ist es wahrscheinlich die richtige Wahl. Ich glaube, da ein komplettes Haus draus zu bauen, könnte ein bisschen komisch aussehen. Oder vielleicht als Verzierelement irgendwo im Keller. Da kann man das ganz gut verwenden. Auf jeden Fall bewegen wir uns hier rein. Hier unten sind Spinnen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Gerade im Low-Level-Bereich machen die auch ganz gut Schaden, gerade wenn die euch vergiften. Wenn ihr natürlich auf einem hohen Levelstand seid, ist es relativ egal. Auf jeden Fall, wenn ihr euch durch die Höhle haut, die ist in einem kreisförmig aufgebaut. Also egal, wo ihr lang lauft, am Ende kommt ihr hierbei raus. Ja, und wenn ihr diesen Sarkophag dann hier öffnet, da habt ihr dann den Knochenblock drin. Ja, wie gesagt, schönes Design an sich, aber hier sieht man das ganz gut hier an der Wand. Aber es ist halt nicht dafür gedacht, um da jetzt ganze Häuser draus zu bauen. So wie die das hier gemacht haben in so düsteren Katakomben, lässt sich das ganz gut reinpacken, aber sonst wohl eher nicht. Ja, auf zum nächsten Block. So, jetzt geht es um den Burgmauer-Steinblock. Und der Burgmauer-Steinblock, der ist ideal, um halt eine richtige Festungsmauer zu bauen. Der sieht wirklich gut aus, hat schöne Details. Aber ich zeige euch erstmal, wo wir hin müssen. Also wir starten von der Nomaden-Anhöhe und schauen in Richtung Westen. Und ungefähr einen Kilometer müssen wir da. Und zwar zum Bergbauschacht. Und auch hier werde ich natürlich wieder das Ganze ein bisschen überspringen. Ihr müsst mir hier nicht zusehen, wie ich da hinlatsche. So, angekommen am Bergbauschacht finden wir hier eine Truhe. Dort, wo ich hinziele, da ist eine silberne Truhe auf so einem Plateau. Von unten ist auch möglich drauf zu kommen, aber ein bisschen schwieriger. Ich habe mir hier so einen hohen Stein ausgesucht. Ist auch mit jedem Gleiter möglich. Auch die schwächeren Gleiter sollten das schaffen. Und dann können wir hier einfach einmal draufspringen. Am besten einmal Rechtsklick drücken, wenn ihr landet. Sobald ihr Rechtsklick drückt beim Landen, rollt der nämlich nicht ab. Und macht quasi so eine, ja, starke Handbremsenbremsung, nenne ich das mal. Auf jeden Fall bleibt der dann sofort stehen. Sonst rollt er natürlich hier runter und landet dann da unten irgendwo. Wäre ja doof. Wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ja hier die Blöcke einsammeln. Also Burgmauer-Steinblock haben wir jetzt auch in der Tasche. Auf zum nächsten Block. Passend zum vorherigen Block kommt jetzt der Stadtmauer-Block. So, und wir befinden uns hier. Und zwar Grenzwache Rehklang. Starten kann man ganz gut von der düßer Dickicht Warte. Und dann, ja, hier rüber fliegen, hier durchlaufen, um dann hier hinzukommen. Das geht ganz gut. Hier ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, Vorsicht sollte man walten lassen. Weil die Viecher sind hier recht stark. Hier fängt das nämlich an mit diesen ersten, ja, ich nenne sie mal grüne Berserker, die auf einen zurennen mit diesen zwei grünen Waffen. Die sind ja immer sehr stark. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man niedriges Level hat. Und hier gibt es halt noch einen Boss, der auf uns wartet. Und zwar haben wir hier vorne einmal die kleinen, von denen ich gerade geredet habe, dann die Wölfe und hier den Boss. Darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ne, ich sprinte hier einfach mal durch, um euch das Ganze zu zeigen. Auf jeden Fall müssen wir hier auf den Turm klettern. Dazu gehen wir hinter den Turm und klettern hier die Leiter hoch. Und hier haben wir schon eine silberne Truhe, wo die Blöcke drin sind. Und ja, das ist einmal der Stadtmauerblock. Auf zum nächsten Block. Weiter geht es mit einem heiß diskutierten Block. Und zwar dem Leuchtblock. Ich persönlich finde den sehr hässlich. Andere finden den richtig geil. Das ist reine Geschmackssache. Da könnt ihr euch drüber austoben. Also, wir befinden uns hier in der Düsterdickichtwarte und davon ein bisschen nördlich. Da ist das verlassene Jägerinnenlager. Und hier, genau hier, wo wir sind, zwischen diesen beiden Steinen, hier ist so ein Höhleneingang. Müsst ihr hier hochklettern, dann könnt ihr hier so reinspringen und dann euch reinbewegen. Hier müsst ihr so ein bisschen aufpassen, weil wir haben sehr, sehr viele Spinnen hier drin. Auf einem hohen Level relativ egal. Aber man muss wirklich gucken, dass man hier dann, ja, zügig durchkommt. So, hier habt ihr gesehen, ne, kann man durch die Spinnweben durch. Und hier geht es weiter nach hinten. Alles ein bisschen duster. Aber dann kommt ihr in eine große Höhle. Und hier könnt ihr das Zeug wirklich super abfarmen. Ich mache mal kurz die Spinnen hier beiseite. Und dann zeige ich euch, wie man das Ganze hier abbaut. Ihr seht, man hackt einfach rein und bekommt den Leuchtbewuchs. Man braucht jeweils fünf Leuchtbewuchs für einen Block. Also ist es nicht ganz günstig, aber man kann das hier gut farmen. Ja, so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Und wie gesagt, denkt dran, ihr müsst euch mit vielen Spinnen hier rumschlagen. Das ist einfach so, aber auf höherem Level auch kein Problem. Und wenn ihr Low Level seid, gibt es auch gut EP. Auf zum nächsten Block. Ja, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen in das Design der Wüste und machen weiter mit dem Kalksteinblock. Der Kalksteinblock, den finden wir bei Surats Rast. Hier ist es ein bisschen schwieriger hinzubekommen. Wenn man einen schlechten Gleiter hat, muss man tatsächlich von der Nomadenanhöhe bis nach hier unten durch. Man könnte, wenn man einen guten Gleiter hat, sonst direkt hier, dort seht ihr den Strahl im Himmel, von der Niederauenwarte sich hier rüber bewegen. Aber da braucht ihr wirklich einen Top-Gleiter für, sonst wird das Ganze schwierig. Auf jeden Fall ist unser Ziel hier unten da, wo das Fragezeichen ist. Das heißt, wir müssen uns erstmal in Richtung Süden vorbewegen. Ich werde jetzt hier nicht alle Viecher killen. Wie gesagt, ich halte das so kurz wie möglich für euch. Aber wir bewegen uns einmal zügig durch das ganze Dorf durch. Und wir können hier einmal bis zum Ende gerade durchlaufen. Hinten kommt ja die Arena, da kommt man ja auch durch eine Quest hin. Da ist auch noch ein Boss, der auf uns wartet. Das skippen wir alles. Wir wollen ja einfach nur zügig uns hier die Blöcke abholen. Bosskämpfe gibt es dann nochmal in anderen Videos. So, und hier links rein. Wenn ihr hier durchlauft, dann habt ihr einen, ja ich sag mal, so einen Tunnel hier durch, durch den ganzen Kalkstein. Und hier hinten findet ihr ein Gebäude. So, dieses Gebäude, ich meine es müsste das hier sein. Genau, guck mal hier, Standort oben steht auch da. Hier einmal rum, hopfeln wir drauf und hier habt ihr einen Grapplinghook. So, da können wir uns einmal hochziehen. Zack, und hier haben wir eine Kiste. Dort finden wir den Kalksteinblock. Tja, wunderbar, weiter geht's. Der nächste Block ist die Wüstenstadtmauer. So, die Wüstenstadtmauer, die finden wir hier. Und zwar in Bruchshafen. Unser Startpunkt hier ist die Ödlandwarte. Und von dort aus fliegen wir in Richtung Nordwesten. Ungefähr 800, 900 Meter. Ich sag euch im Voraus, die Fiecher drumherum sind Level 23. Also seid vorbereitet im Low-Level-Bereich. Wird das ein bisschen nervig sein, wahrscheinlich da reinzugehen, weil die euch oft auf die Mappe hauen. Deswegen ein bisschen höher sollte man da schon sein. Das Schöne ist, ich kann euch jetzt von oben zeigen, welches Haus wir hier meinen. Und zwar fliegen wir hier runter und diese Taverne hier, sag ich mal, wo wir gerade drauf zusteuern, da müsst ihr ins Erdgeschoss rein. So, einfach hier rein. Zack, Tür auf. Links rum. Und hier habt ihr ein Bett und ihr braucht ein Dietrich, um diese Kiste zu öffnen. Und da drin habt ihr dann die Blöcke. Zack, Wüsten-Stadtmauer-Block. Wunderbar. Auf zum nächsten Block. Der nächste Block ist ein besonderer und zwar der Wüsten-Tempel-Block. So, hier zeige ich euch erstmal auf der Karte, wo wir uns befinden. Es ist relativ schwierig anzureisen. Man könnte von der Ödlandwarte so bis hier fliegen, da muss man trotzdem laufen. Oder vom Norden aus, von der Nomadenanhöhenwarte hier Richtung Süden komplett runterlaufen und dann hier rein. Hier seht ihr so einen großen Tempelanlageneingang. Hier müsst ihr euch dann zwischen den Steinen durchbewegen. An sich ist die Tempelanlage ein schön gebautes Ding. Es gibt hier nämlich drei kleine Tempel. Hier eins, zwei und dort hinten noch ein, drei. Und wenn die alle mit dem Rätsel gelöst sind, da sind so Rätsel drin, dann öffnet sich dieser Tempel hier. Das empfehle ich euch auch zu machen, aber wenn ihr nur schnell an die Blöcke ran wollt, zeige ich euch, wie es zügig geht. Hier einfach an die Seite ran, zack, zwei Schläge hier drauf und dann seid ihr schon drin. Es ist ein bisschen undurchdacht, dass man sich hier so ein bisschen dran vorbeischummeln kann. Nehmt gerne hier diese Truhe mit, da ist Level 25er Loot gerne mal drin. Ja, ist ein bisschen reingeschummelt, aber wir wollen ja auch nur die Blöcke haben, ne? Ich empfehle euch die Rätsel, die machen wirklich Spaß. So, wenn ihr jetzt hier hochgelaufen seid, habt ihr hier eine Leiche und die durchsuchen wir. Und da drin sind die Wüstentempelblöcke. Geile Dinger, sehen schön aus, wirklich. Also wenn man daraus was baut, das macht schon was her. Ja, damit geht's zum nächsten Block. Jetzt kommt der grob geschnittene Steinblock. Und da zeige ich euch erstmal, wo wir sind. Und zwar bei der Niederauenwarte und wir fliegen in Richtung Nordwesten, denn wir möchten gerne ins Niemandstal. So, wenn ihr hier runterspringt, passt auf, dass ihr nicht hier in das Loch unten reinfallt. Das ist nervig, da wieder rauszukommen. Deswegen lohnt es sich, wenn man da so ein bisschen dran vorbeigleitet. Und dann kann man am Ende die letzten 200 Meter dann auch fußläufig belegen. Ja, dieser Block, finde ich, lohnt sich einmal, um Fundamente zu bauen. Das sieht ganz schön aus. Aber auch eine Mauer kann man daraus, glaube ich, ganz gut basteln. Müssen wir mal selber gucken, wie wir jetzt hier rumkommen. Das Ganze werden wir mal ein bisschen in Zeitraffer setzen. So, und hier befinden wir uns jetzt an einem Turm. Das seht ihr hier. Ich zeige euch das mal genau auf der Karte. Ein bisschen östlich von Niemandstal, hier auf der Map. Passt ein bisschen auf. Hier ist überall dieses rote Miasma da im Boden, diese Lava. Da werdet ihr direkt umkippen. Deswegen vorsichtig hier beim Rumlaufen. Hier klettern wir auf jeden Fall hoch. Und da oben rechts seht ihr schon so eine Kiste, die leuchtet. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hoch. Müssen wir nur einmal hier rüber balancieren. Und am Ende des Tages können wir dann hier schön die Kiste öffnen. Und da seht ihr grob geschnittener Steinblock. Das war's. So bekommt ihr den Block auf zum nächsten. Nun kommt der verwitterte Steinblock. So, den finden wir hier. Und zwar, wir sind an der Düserdickichtwarte. Dort ein bisschen östlich, ein bisschen nördlich. Hier ist der Dornenbuschfriedhof. So, das ist ein Dungeon. Der ist da unten im Miasma drin. Das heißt, eure Flamme muss natürlich hoch genug sein, damit es kein tödliches Miasma mehr ist. Wir könnten jetzt den Dungeon laufen über den normalen Weg. Das heißt, einmal komplett durchrennen bis zum Endboss. Ja, kann man machen, wenn man das Spiel genießen will. Aber wir wollen uns ja einen Block ja nur schnell holen. Also gehen wir hier rechts dran vorbei. Und wenn wir hier hoch gehen, hier ist so eine Kante. Ah, hier, die Kante hier. Hup, da müsst ihr reinspringen, wenn ihr es schafft. Ich muss das nochmal machen. So, zweiter Anlauf. Also hier diese Kante reinspringen. Und dann laufen wir hier hinten hin, springen hier runter. Und dann schnappt ihr euch die Spitzhacke und arbeitet euch hier durch. Nur ein paar Mal. Und dann seid ihr schon im Endbossraum drin. Zack. So, das war es schon. Vorsicht, hier, wie gesagt, hier kommt direkt der Boss. Der will euch direkt auf den Mapper hauen. Einmal zu Brei hauen, damit ihr da keine Probleme gleich habt. Ist nur Level 15. Solltet ihr mit höherem Level easy schaffen. Hier gibt es dann einmal für den Levelbereich natürlich auch noch eine Truhe zu looten. Aber um die geht es hier ja nicht. Dann müsst ihr die Tür hier nur mit einem Dietrich öffnen. Zeige ich euch schnell. So. Hier rechts diese, ja ich nenne sie mal Miasma-Bombe zerstören. Auch die Tür öffnen. Und hier habt ihr eine silberne Truhe. Diese silberne Truhe öffnen. Und da ist der verwitterte Steindock drin. Ja, so bekommt ihr den auf den schnellsten Weg. Jetzt geht es weiter mit dem Brunnenblock. Und der Brunnenblock, den finden wir hier von der Ödlandwarte aus Richtung Norden. Und zwar hier in den Elixierbrunnen rein. Da braucht ihr auch ein höheres Level für, weil der wird bewacht von einem Boss. Aber solltet ihr ganz gut hinbekommen. Ich meine, da kommt man ja sowieso im Laufe des Spiels mal dran vorbei. Und wenn man dann da ist und die Kiste nicht übersieht, hat man den auch zügig dann in der Tasche. So, wir steuern direkt mal hier Vollspeed rein in die Bude. Hoffentlich gehen wir nicht direkt drauf, wenn wir irgendwo falsch landen. So. Ups. Zu viel dazu. Und nochmal. So, jetzt nochmal richtig hier unten angekommen. Rennen wir hier zügig durch. Wie gesagt, ich bekämpfe jetzt hier nicht alle Monster. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu skippen, um es so kurz wie möglich zu halten. Hier müsste gleich ein Boss auftauchen. Hier springen wir mal runter. Gleiter öffnen. So, da seht ihr die Wurzel. So, und wenn ihr von dieser Wurzel aus Richtung Westen lauft, ne. Ihr seht, hier ist viel los, viele Gegner. Aber wie gesagt, wollen wir ja nicht töten. Dann seht ihr hier eine Kiste. Und die öffnen wir mal ganz schnell, bevor wir sterben. Und da ist der Brunnenblock drin. Wunderbar. Ja. Damit haben wir jetzt schon mal einige Blöcke gesammelt. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie die Blöcke dann auch gebaut aussehen. Nicht alle, die wir gesammelt haben, sondern alle, die wir bisher freigeschaltet haben. Also über 30 Stück, damit ihr auch mal ein Bild zu dem Namen habt. Also hier haben wir erstmal den Knochenblock. Wie gesagt, ne. Gut für Katakomben. Hier neben befindet sich der Bronzeblock. Sehr prunkvoll, wie ich finde. Dann kommt der Burgmauersteinblock. Und dann kommt der Stadtmauerblock. Burgmauersteinblock mit den großen Steinen. Lohnt sich wirklich, ne. Für so eine Befestigung, ne. So eine richtige Mauer. Ja. Der Stadtmauerblock halt ein bisschen edler. Ich finde auch schön hier so dieses Bewachsene zwischendurch. Das macht echt was her. Danach der Kupferblock. Hier mit den grünen Akzenten auch irgendwie sehr schön. Kann man in so ein altertümliches Schloss auch so ein bisschen mit einbauen. Dann kommt da die Wüstenstadtmauer. Das hier ist die Wüstenstadtmauer. Macht auch was her. Ja, gerade so in den Wüstengebieten. Damit haben wir auch viel gebaut. Ja. Dann Wüstentempelblock. Der ist auch ein bisschen, sag ich mal, der Block nur so ein bisschen prunkvoller. Dann kommt der gebrannte Ziegelblock. Für normale Städte gut geeignet. Fachwerkblock. Daraus habe ich auch viel gebaut. Finde ich super, weil die sich gegenseitig anpassen. Und diese Muster da drin auch sich dadurch so ein bisschen verändern. So, und hier haben wir den hochglanzpolierten Steinblock. So, gehen wir rüber auf die andere Seite. Hier hatte ich nicht so viele Steine davon, deswegen nur ein bisschen kleiner. Und zwar der Eisenblock. Sieht auch sehr gut aus. So, dann haben wir den Kalksteinblock. Das ist dieser hier. Bisschen simpel, aber auch nicht schlecht. Ja, der von mir gehasste Leuchtblock. Ne, wie man gefällt. Viel Spaß. Und nach dem Leuchtblock kommt der Metallblock. Der Metallblock sieht hier aus. So ein bisschen robuster, weiß nicht, für ein Gefängnis oder so. Gut geeignet. Und Mützel bewachsener Block. So, der Rest kommt jetzt. Hier haben wir jetzt den veredelten Sandsteinblock. Bisschen kahl, aber wem es gefällt. Dann der veredelte Steinblock. Dann das veredelte Holz. Sehr schön, wie ich finde. Der veredelte Holzblock. Normale Sandsteinblock. Der normale Steinblock. Der grob geschnittene Steinblock. Das ist hier der grobe Feuersteinblock. Das hier ist der grobe Sandsteinblock. Hier haben wir den groben Steinblock. Das ist der Block, den ihr alle kennt. Damit beginnt man ja so ein bisschen. Und hier haben wir dann den groben Holzblock. Das ist auch für alle, denke ich, bekannt. Hier ist der Miasma Holzblock. Hier ist der geteerte Holzblock. Das macht auch was her. So eine Holzhütte daraus bauen. Auch irgendwie cool. So, wo waren wir? Da, Holzblock. Verwitterter Steinblock. Das ist der hier. Und das hier ist der Brunnenblock. Da kann man, denke ich, so große, coole Säulen auch irgendwie rausbauen in so einer Höhle. Ja, das sind die Blöcke, die wir bisher haben, die ich euch vorstellen kann. Einige an der Zahl. Falls ihr noch welche gefunden habt, bitte schreibt die in die Kommentare. Auch mit der Bezeichnung so genau wie möglich, wo ihr die her habt. Weil so kann die Community sich so ein bisschen gegenseitig helfen. Das würde mich sehr freuen, weil, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch zwei, drei mehr, die wir noch nicht gefunden haben. Wäre ja cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch konnte das auch ein bisschen was bringen. Da steckt viel Arbeit drin, aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Abo da. Schreibt mir auf Discord, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt von Sachen, die ich erklären soll. Das war nämlich auch ein Wunsch, dieses Video hier von einem Zuschauer. Habe ich gerne gemacht. Liebe Grüße. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da. Und bis dann. Bis dann.